jurassica parker ist wohl die bekannteste und lauteste drag queen berlins das geräusch verbreitet lebensfreude mit ihren zwei metern größe eine überragende entertainerin die in frauenkleidern zur ikone der queeren szene aufgestiegen ist jurassica parker ist mario olczynski der junge aus berlin-neukölln verkleidet sich schon als kind gern doch erst nach dem grafikstudium macht er daraus einen künstlerischen beruf und wird drag queen das schöne ist halt auch bei travesti seht ihr diese tisch voll mit jurassica parker erobert zunächst auf youtube eine fangemeinde moderations- und schauspielangebote lassen nicht lange auf sich warten lieblingsbühne der blondine ist die berliner kabarettanstalt bka mit der late night show paillette geht immer ist sie das highlight des theaters mit mehr als 200 gästen hat sie in den vergangenen zehn jahren getalkt und das sehr intellektuell also ich weiß ich möchte es nicht meine badewanne sehen nachdem ich meinen körper und meine beine alles rasiert habe da ist ein ganzer wookie unten auf dem wohnen da muss ich immer alles so ja genau gleich noch mehr neuigkeiten über die einzigartige jurassica parker einzigartig gut aussehen schlagfertig eben eine berlinerin herzlich willkommen jurassica toll dankeschön ich bin gerne hier diese filme könnte ich den ganzen tag gucken über mich das ist super guckst du dich selber gerne an ja schon also ich kann nicht immer alles von mir sehen also aber im sohn ist könnte ich den job nicht machen wenn man sich selber nicht sehen kann man ist schon ein bisschen eitel auch sonst sonst würde man das habe ich auch nicht mal mit dem duzen wollen was glaube ich gar nicht erst versuchen oder ich meine oder möchtest du mit frau parker angesprochen werden wir haben wir ein wasser hingestellt ist jetzt ein ganz normales schnödes brandenburger berliner wasser mit blubber es ist keine mond wasser schorle was hat sie mit der mond wasser schorle auch ich weiß nicht was ihr mit dieser mond wasser schorle habt das ist halt einfach nur das fliege und ich habe die wasserschorle erfunden ja das ist ja das ist ja normales leitungswasser verdünnt mit mineralwasser und somit wird das wasser leichter ist ein tolles sommergetränk und das ist alles quatsch und ich habe irgendwann mal eine ein video habe ich gesagt ich stelle die dann nachts auf die fensterbank und der mond programmiert die dann um und dann ist die noch viel gesünder nun bist du als eine der ja sag ich mal schritzen bekanntesten berliner drag queens unterwegs als jurassica parker eben wie würdest du den unterschied zwischen drag queen und travestie künstlerin erklären oder gibt es da für dich gar keinen ach diese frage es ist wirklich das ist komplex sagen wir mal ich mittlerweile ich glaube also travestie ist einfach nur ein algunischer begriff letztendlich ist es doch wirklich das gleiche aber seitdem der begriff drag queen nach deutschland geschwappt ist aus amerika natürlich wird der benutzt seit ein paar jahren aber wie lange hat es so gedauert heute dass du dich so vom mario in die jurassica verwandelt hast also wetter ist nicht so toll also das ist kein travesti wetter und mein gesicht war heute gegen mich ich habe zwei stunden habe ich schon gebraucht ja wir haben ja mal einen kleinen ausschnitt du hast das nämlich mal aufgenommen wie lange das wie lange dauert es denn jetzt also zwei stunden heute ungefähr ja das ist dann schon aber zum beispiel jetzt hier also liebstrich ziehen oder gleich hier auch die wimpern also ich meine viele meiner freundinnen oder auch viele frauen verzweifeln am wimpern kleben ich auch ja wie lange brauchst du da so 8 händchen tagesform abhängig manchmal will die überhaupt nicht dranbleiben und manchmal klappt sofort es ist immer wieder was neues du bist unterwegs als jurassica parker in ganz verschiedenen outfits ich finde heute sehr dezent ja ich bin sehr seriös für den rbb heute dachte ich mir deshalb habe ich heute mal ein bisschen in den in den tuschkasten gegriffen was das outfit angeht aber wie viele outfits hast du im schrank keine ahnung ganz viele also ich habe so zwei zwei so kleider stangen ich habe ein zimmer das ist ja nur meine fummel drin mein schminkplatz und meine ganzen perücken und ganze kram muss ja irgendwo lagern und ja und das ist alles voll da ist entspannt ich habe gelesen du hast wie viele perücken um die 100 also ich habe sie noch nie gezählt aber ich habe ich kann keine perücken wegschmeißen und also ich bin ich horte die und weil ja auch bei jeder perücke hängen so viele erinnerungen und ich habe so eine große kiste sind die alle drin und ich habe mir die mal alle angeguckt habe da auch ein video drüber gemacht und mit jeder perücke ich kann sofort erzählen wann ich die getragen habe was ich damit erlebt habe was verbindest du jetzt mit dieser perücke von heute die ist neu relativ neu die muss ich noch eintragen das ist die rbb perücke alles klar mir war tatsächlich jan böhmermann verbinde ich damit weil ich diese dute dute ist übrigens das szeninterne fachwort für perücke falls du dich wunderst weil ich die zum ersten mal getragen habe als jan böhmermann bei mir in der show war und deshalb werde ich mich immer daran erinnern da gucken wir auch gleich noch rein in diesen auftritt mit mit jan böhmermann oder in die show was ist überhaupt für dich das reizvolle am drag queen sein auch ganz viel also es ist ein teil meiner persönlichkeit wie auch schon in dem wunderschönen bericht schon gesagt wurde habe ich mich schon früher gerne als frau verkleidet kleiner junge schon das war also immer in mir drin und ich sage immer das komplettiert meine persönlichkeit also wenn ich mal jetzt urlaub mache und mal wirklich ein paar wochen nicht in drag bin dann habe ich travestie unter druck dann ich muss dann unbedingt mal wieder und dann macht es auch freude und das gehört zu mir zu meinem leben dazu und welche erinnerungen verbindest du an deinen mit deinem ersten auftritt kannst du dich in den den erinnern ja natürlich 20 jahre ja also es war kein auftritt da bin ich einfach nur ich habe aber am anfang hat angefangen so auszugehen und das nachtleben entdeckt und das war ich wirklich grauenhaft aus ich konnte mich ja nicht schminken und ich wusste auch überhaupt gar nicht wie man in schuhen läuft und so und also ich habe wirklich ein bunter unfall aber ja da bin ich ins bergheim gegangen damit ja du hast angefangen glaube ich auch als gina tonic dann aber irgendwann dich für jurassic parker entschieden wie kam es zu dem namen jurassic parker den habe ich leider nicht selber erfunden sondern meine gute freundin und kollegin biggie van blondt die auch im bka theater spielt du wirst sie sicherlich kennen die hat den namen erfunden hat immer zu mir gesagt als ich noch gina tonic hieß gina wenn du dich mal irgendwann umbenennst dann nimmst du jurassic parker das ist dein name und damit ist einfach gemacht ja und ich finde auch gut weil nämlich recht kurz dazwischen weil die gibt es nur einmal auf der welt also auch bei google bin ich ganz oben und es gibt keine andere drag queen die so heißt ja ist auch wichtig wenn man nach der google dann bist du gleich die erste und dann hat man einen besonderen wiedererkennungswert und nun haben wir auch schon gesagt du bist im bka theater unterwegs auch jeden monat oder öfter fast die hälfte jetzt von den 20 jahren die du als bühnenkünstler unterwegs bist nämlich neun jahre bist du gastgeberin einer eigenen late night talk show kann man sagen paillette geht immer da lädst du dir regelmäßig gäste ein wer war denn schon so alles da also wie erwähnt es dürften 200 gewesen sein mittlerweile highlights waren für mich kevin kühnert man war mal da ralf morgenstern den ich sehr schätze culture candela haben sich auch auf meine bühne verirrt die haben sich selber beworben weil die nämlich gedacht haben das ist eine fernsehsendung und dann kamen die diese kleinsten das kleine vor jeder im bka und dann hat man in den gesichtern förmlich gesehen dass die erst gecheckt haben was das ist ganz andere shows als sie dachten aber die haben auch noch toll performt und ach ja so viel und jan böhmermann und eben jan böhmermann der war auch bei dir und der hat auch wie ich finde wir haben auch schon daraus gesucht er hat versucht einen auf drag queen zu machen war dann finde ich eher so ein drag queen wir gucken mal das ist mein drag und ich fühle mich das ist mein das ist meine graue maus ich darf nicht über die haare sprechen die haare sprechen weil ich soll jetzt nur liebe sie gesagt ob du das ob du das konzept jetzt so lebst du bist halt so wie du bist aber ich habe spaß am verkleiden auf der bühne habe ich noch ein bisschen mehr von dieser show angeschaut der wirkt aber relativ zahn der herr böhmermann ganz zauberhafter mann ich war sehr gespannt wie der so sein wird weil er auch nichts privates erzählen möchte und so und der war halt der war halt super super pflege leicht ganz zauberhaft vorbereitet gehst du eigentlich in diese gespräche und diese shows also vorbereitung ist nicht so meine kernkompetenz aber ich aber mein mann sagt auch immer wenn ich mich zu sehr vorbereitet dann bin ich nicht so gut und das ist auch immer nur ausrede die ich verwende ich weiß nicht aber ich trug mir eigentlich immer nur wikipedia-eintrag aus und der liegt dann da und dann mache ich die show dann wirst du aber das bist dann eben du ein wildes durcheinander ein ganz spontanes gespräch wie möchtest du als gast unbedingt noch mal bei dir haben also jetzt kann ich es ja hier sagen pass auf weil ich wollte immer die bettina rust bei mir in der show haben und ich habe jetzt schon zweimal auf instagram angeschrieben und die antwortet immer nur mit einem wort und relativ verhalten und vielleicht kannst du sie ja mal einfach mal anhören sagen wir können sie ja können sie ja guck mal wir nehmen jetzt die kamera zwei lieber olaf genau das ist mein regisseur in meinem ohr liebe bettina rust wenn du jetzt zuschaust guck mal die jurassica parker hätte dich gerne als gast und wir würden dann auch vorbeikommen verspreche ich jetzt einfach mal und würden auch mal ein bisschen euch dabei beobachten ist ja eine tolle talkerin das muss man auch sagen die rust ja natürlich also ich finde die großartig und barbara schöneberge auch vielleicht guckt auch die zu dann nicht auf instagram geantwortet hat nicht geantwortet mensch am 7 september bist du wieder on air mit paillette geht immer kann sein ich sagte jetzt steht auf deiner internetseite den hast du als gast soll ich dir das auch sagen oder weißt du ich weiß es war jan boris den habe ich unlängst kennengelernt und er hat eine ganz interessante geschichte du bist ein bisschen informiert was dem passiert ist beim swr mit den fingernägeln und so genau eine coole geschichte ja genau man hat man hat ihm sozusagen gesagt er darf nicht unbedingt die fingernägel in der sendung lackiert haben er ist aber nämlich ein typ der sich sehr für diversität einsetzt und für sichtbarkeit auch der queeren community wirst du bestimmt darüber mit ihm reden und wo wir gerade bei diversität sind ich mache jetzt mal ein themensprung aber bleibt kurz bei diversität und beim bunten und vielfältigen berlin das ist ja nun mal wirklich so in dieser stadt aber an manchen stellen in der stadt da ist es offenbar zu bunt und zu vielfältig jedenfalls im straßenverkehr jetzt kommen die pola jetzt kommen die pola jo also diversität ja aber bei pola nein also ich finde diesen pola bericht doch wirklich sehr interessant ich wusste ich habe mir als du vorhin gesagt hast es gibt ein bericht über pola mir ist gar nicht bewusst gewesen wie viele pola ist auch in berlin gibt es verschiedene unterschiede aber damit ist jetzt schluss wobei in berlin doch eine sehr diverse stadt ist gott sei dank muss man auch sagen und die diversität wird ja auf jeden fall einmal im jahr auch immer sichtbar wenn der csd ist wobei eine region viele csd haben in potsdam in eberswalde in kottbus aber der größte dann in berlin ende juli wieder das waren sehr verregnete in diesem jahr ja muss man schon sagen hunderttausende waren da auf der auf der straße aber auch da noch mal ganz kurz bilder um uns daran zu erinnern guck mal da waren die regenschirme aber es war gute stimmung auf jeden fall und du hast am brandenburger tor moderiert ja ja wie war das das war natürlich für mich ein ganz besonderer moment in diesem jahr darf ich schon reden in diesem jahr einfach weil ich davor 100.000 menschen gestanden habe das war war sehr aufregend aber als es angefangen zu regeln weiß noch beschissen ehrlich gesagt weil das ist kein wetter dann ja war toll aber noch mal muss ich es nicht machen nee 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 ach du es sollen andere dann auch machen und das war ja ich wollte einfach mit meiner vita zu stehen haben abgehakt und jetzt kann es weitergehen und für 100.000 menschen wer kann das schon sagen also das muss man auch mal sagen wie wichtig ist für dich der csd ich also ich denke dass eigentlich für jede queere person der csd wichtig ist weil das ist einfache selbst emanzipation seit 1969 der köln wo der csd erfunden wurde in new york city und von daher ist dieser tag immer immer ein feiertag für uns alle queeren menschen und darf nie aufhören und es ist umso wichtiger wie wir ja auch gesehen haben wenn wir jetzt zum beispiel nach bautzen oder leipzig hier blicken da gab es eben auch proteste rechtsextremer gruppen wie hast du das wahrgenommen mich hat es einfach nur sprachlos gemacht ja du gedacht lass uns die büchse der pandora jetzt nicht aufmachen es ist gerade irgendwas passiert gerade in diesem land was mir irgendwie sehr große bauchner schmerzen bereitet und ich habe halt auch die bilder gesehen dachte so diese also böse gesichter so eine wut auf den unbekannte queere menschen zu entwickeln ist mir ein großes rätsel warum das so ist ja und ich finde also so geht es mir und ich bin eigentlich kein ängstlicher mensch und ich bin auch durchaus ab und an schlagfertig aber mir macht es angst und ich weiß dann wirklich auch nicht was ich dann noch dazu sagen soll weil ich finde da passiert echt was krasses mit dem zusammenleben in unserer gesellschaft ja total ja beobachten wir alle schon seit ein zwei drei vier jahren so ich also mein manager uwe sagt immer so ich muss auch meine meine reichweite und meine prominenz dafür nutzen auch einfach mal so was immer wieder anzusprechen und immer und immer wieder darauf aufmerksam zu machen wochenende erst gesehen bei dir auf dem instagram kanal du zeigst es ja auch an wenn du zum beispiel homophobe angriffe erlebst dann sagst du nee da ist für mich auch eine grenze jetzt stelle ich anzeige also das sage ich auch jedem und jeder der die sowas erfahren hat immer immer für die statistik alleine schon melden damit das damit das ja aktenkundig ist und das ist auch kein gutes zeichen finde ich gerade für junge menschen die vielleicht auf dem weg sind sich zu outen ja oder ihren weg überhaupt zu finden in dieser gesellschaft du bist gebürtiger neuköllner aufgewachsen in britz und in rodo wie war denn so deine jugend und kindheit hast du da ausgrenzung erlebt also meine kindheit in britz war also ich habe eine sehr verklärte erinnerung natürlich wie es so ist ich die war wunderschön also britz ist ja wirklich also kleines dorf förmlich ja bin jetzt diese alte alte backbergschule so eine alte dorfschule gegangen und das war wirklich wunderschön natürlich dann pubertät und dann wenn man dann also in der oberschule ist da war ich halt dann immer der einzige schwule in der klasse wo ich selber noch gar nicht wusste ich schwul bin das aber ich war schon mal ein sehr schwules kind und ja und das war natürlich blöd so dass da bin ich auch ungern teilweise zur schule gegangen aber das aber wer oder was hat dir dann da geholfen damit umzugehen das kann ich dir nicht sagen ich habe mich also eigentlich in die welt von star trek geflüchtet und und ansonsten ehrlich gesagt ich weiß nicht ich glaube so als teenager ist reflektiert man ja überhaupt gar nicht so viel wie geht es mir gerade oder zumindest früher war das so wie geht es mir gerade und wie kann ich das ändern was kann ich dagegen unternehmen so habe ich überhaupt nicht gemacht bin ich der meinung so aber deine eltern waren an deiner seite auf jeden fall ja sowieso immer aber ich habe auch meinen eltern ist gar nicht erzählt zu richtig also ich meine das habe ich ihnen erst vor ein zwei jahren erzählt oder so meine mutter viel aus allen wollten sie guckt auch gerade zu halle mama und viel sein wollten dass ich da halt so gedisst worden bin in der schule und ja aber habe ich nicht ich glaube ich habe sie nicht und deine eltern werden natürlich bis heute den weg verfolgen definitiv natürlich die größten fans oder stolz auf mich bist du als drag queen hier eingestiegen erst später hast erstmal was studiert und zwar kommunikations design hast auch in werbeagenturen gearbeitet waren hast du sozusagen noch mal ganz konkret gedacht da könnte was sein da könnte ich also sagen ein ein anderes berufsfeld aufmachen mit dem drag queen sein ich habe das ich habe das erst ich habe also ich habe aus spaß an der freude damit begonnen weil ich einfach unbedingt mich zeigen wollte im fummel und habe nie geplant dass daraus mein beruf wird das war überhaupt nicht das stand überhaupt nicht auf meinem zettel und es hat sich halt so nativ einfach so ich dahin entwickelt dass ich dann als 2008 in selbstständigkeit gegangen bin und meinen anderen beruf an nagel gehängt habe war ein bisschen verfrüht tatsächlich die entscheidung und auch etwas blauäugig aber lernkurve auch gewesen weil naja also ich meine jeder der selbstständig arbeitet weiß dass man ja dass man ja lange braucht bis man davon leben kann dass man genug kontakte hergestellt hat das dauert alles seine zeit und kohle hatte ich halt eigentlich nie am anfang das war aber mittlerweile hast du dir einen namen gemacht ich war nicht reich du bist richtig reich und daher also mit fahrer und allem hierher gekommen helikopter entschuldige privatjet aber auf jeden fall hast du den namen gemacht und bist auch prominent unterwegs und nutzt auch deine prominenz eben vielleicht auch sozusagen verstärkt um auch zu sagen so weit und hier sind grenzen in der der queeren community aber und das finde ich einen sehr sehr mutigen schritt den du der anfang des jahres gemacht hast in den sozialen medien lassen video gepostet und hast sehr klar darüber gesprochen dass du alkohol süchtig bist und alkoholabhängig bist und damit umgehst warum bist du diesen schritt in die öffentlichkeit also es wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen und ich kenne ganz ganz viele menschen also die darauf reagiert haben und gesagt mensch toll dass du das gesagt hast dass wenn man müsste es viel öfter auch sagen und so ist halt einfach ein schambehaftetes thema und und machen wir uns nichts vor und das schwierige ist ja dass halt überall alkohol existiert und alkohol jetzt in seinem leben dazugehört und wenn es nur der sekt beim sektempfang ist und so von daher das ist ja auch viele checken das glaube ich auch gar nicht wie viel alkohol getrunken wird tagtäglich von allen so und wo man überall damit konfrontiert ja alleine kaufhalle richtung kasse sagt dass du überall was rumsteht man ist der punkt gewesen an dem dir bewusst geworden ist ich habe da ein problem das war das war fließend auf jeden fall ich meine dann kann ich dir wirklich nicht sagen aber das ist ja dann immer so ja also irgendwie trinke ich ja schon relativ viel ist schon nicht so schlimm die anderen trinken auch so viel es war auch immer so ein bisschen so selbstlüge ich habe dann irgendwann irgendwann habe ich gesagt okay jetzt höre ich damit einfach mal auf vielleicht geht es mir dann besser was auch tatsächlich der fall ist hast du dir hilfe gesucht hast du dir hilfe gesucht ja ich war ein ich war in einer selbsthilfe gruppe sagt man ja wo generell menschen sitzen mit allen möglichen süchten also nicht nur alkohol und das war ganz toll also ich also jeden und jeder der respekt davor hat in so eine komische gruppe zu gehen wo dann alle sitzen und ihre geschichten erzählen und so macht das ist ganz toll und es gibt einem ganz viel wenn wenn man die anderen geschichten auch erzählt bekommt man ist halt nicht alleine und ich finde man dann ich finde ich habe in diesem video etwas gelernt und gesehen was ich auch ganz spannend finde wie du es geschafft hast eben auch nicht zu trinken oder sagen wir mal wie du dich motiviert hast du hast einen kalender in der küche und da kreuzt du an ich kreuze jeden tag ab an dem ich nicht getrunken habe das klappt nicht bei jedem tag tatsächlich und und ich im und ich mache meinen kreis in den kalender wenn ich sport gemacht habe bei sport ist tatsächlich meine mein ausgleich zum nicht trinken ja wie viel sport machst du so in der woche auch unterschiedlich natürlich aber ich versuche dreimal die woche sport zu machen manchmal so fünfmal manchmal nur zweimal ich habe einen personal trainer in mir gesucht weil ich ansonsten alleine keinen sport gemacht hätte war eine tolle entscheidung von mir und und das macht mir sehr viel freude ja das ist ganz toll wie sieht es aus mit wassersport wassersport so schwimmen jetzt gleich einen bericht über wassersport und das schon überleitung machen oder du kennst dich aus wassersport habe ich noch nie betrieben noch nie dann gucken wir mal an wie es aussehen könnte und das machen wir mit jule jank du hast es wieder perfekt erkannt wir sind jetzt beim wassersport und gehen mal in richtung scharmützesee wir sehen auf jeden fall schon mal jule und wir sehen wasser ja guck mal da ist die schöne jule wie wo wo hat es denn dich hin verschlagen bis gleich jule danke erst mal bist du ein chaotischer typ zu hause oder so richtig ordentlicher ich wäre gerne viel ordentlicher ich räume sehr ungerne auf und ich habe halt einfach viel zu viel kram ist das ist furchtbar ja die drag queen jule silka parker ist heute unser gast bei der tag in berlin und brandenburg und in aktion können wir dich am kommenden samstag sehen und zwar bei queens and flowers im botanischen garten in berlin und zwar ist es glaube ich sage ich mal ein open air drag queen sommerfestival kann man so sagen kann man so sagen was blüht uns denn da ist auch das erste open air drag festival berlin sowieso also wir starten die staaten jetzt der botanische garten wird von drag queens bespielt es gibt große hauptbühne mit mit show acts aus rupols drag race aus der deutschen staffel die letztes jahr lief und dann gibt es ach es gibt lesestunden dann gibt es ganz ganz viel bunte bespaßung und dj natürlich im blumenhaus oder wie das heißt ich war selber noch nie im botanischen garten ich bin also selber mal gespannt wie das da ist warst du da schon mal ja weihnachten ich finde das immer ganz toll ich immerhin genau diese tolle lichter show dort ist ja gut jetzt wird es jetzt kommen ganz viele lichtgestalten also am kommenden samstag zu queens and flowers gibt noch vereinzel tickets und weißt du wo ich dich auch immer in aktion sehen in schöneberg in der modstraße ja wenn du deine kiez touren machst einmal im monat du führst dann sozusagen interessierte durch den queeren kiez durch den regenbogen kiez rund um den nollendorfplatz was hast du denn und ich glaube du wohnst auch in der nähe vom nollendorfplatz was hast du über deinen eigenen kiez ein bisschen so noch dazu gelernt ganz viel ganz viel mir war schon mir war auch gar nicht bewusst dass das der einzige und somit auch älteste queere kiez der welt ist so die 140 jahre geschichte einfach und es gibt so viel zu lernen so viel zu verstehen und deshalb ich sage immer dieser kiez müsste eigentlich irgendwie mal unesco weltkulturerbe oder sowas werden weil der muss geschützt werden wie gesagt einzigartig und ganz toll deshalb es lohnt sich da mal vorbeizukommen aber ich möchte noch der vollständigkeit aber sagen das ist ich also ich veranstalte die tour nicht ich bin nur engagierte moderationskraft wenn meine kollegin marit schlünske ist so dass ihr projekt definitiv und sind ganz viele gastgeberinnen ja sozusagen auf verschiedenen touren land und du bist eben wirklich eine davon welchen wunsch auf der bühne möchtest du dir gerne noch erfüllen gibt es ein auf der bühne also ich also nein ich will erst mal meine eigene fernsehshow haben die will ich aber schon seit bestimmt 44 jahren haben aber es hört mich ja nie jemand deshalb sage ich es ja auch gerne noch mal die eva meere maria lembke geht der jetzt weg von euch wird da hier ein platz frei in der abendschau ja mal gucken wir sollten vielleicht sollte sich einfach mal unseren chefredakteur wenden und dann 19 30 die abendshow mit domestic aber wäre auf jeden fall ein highlight ja nie ach abendshow möchte ich nicht machen möchte was lustiges machen nie also so fernsehshow wäre ganz so eine ganz kleine süße show und ansonsten nach oben ist alles offen ich fange jetzt gerade mit schauspiel an habe zwei tolle serien gedreht die die jetzt bald kommen und so also du meine zweite karriere fängt gerade erst an von daher freuen wir uns drauf und was für dich heute okay sozusagen in der anderen rolle zu sein keine fragen zu stellen ja ich rede ja viel lieber über mich ich habe mich sehr gefreut dass heute da war schön dass du da warst und auch morgen haben wir dann natürlich wieder besucht zwischen halb sieben und sieben da freuen wir uns übrigens auf einen mann der kennt sich bestens mit dem superfood des waldes aus wir freuen uns auf mario schmid das ist wirklich ein moritz schmid entschuldigung der ist pilz fluenza möchte ich sagen an dich heute erst einmal herzlichen dank dass du da warst